Hesekiel Kapitel 22, da ist es in Vers 30, schau dir Vers 30 an. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und von mir in den Riss treten könnte, für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Da schüttete ich meine Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht Gott, der Herr. Der Herr sucht heute an diesem Tag einen Mann, wenn es auch nur einer ist, der in den Riss treten würde, die Mauer zumauern würde, damit der Herr nicht seinen Zorn ausgießen muss. Gott sei Dank ist der Herr gnädig, gibt uns Zeit, gibt einem Land wie Deutschland Zeit umzukehren, aber wenn niemand in den Riss tritt, wird es irgendwann zu spät sein. Und lass mich dir den Kontext geben zu dieser Passage. Die Ziel meiner Predigt ist, tritt in den Riss, ganz einfach tritt in den Riss. Der Herr sucht Männer, die in den Riss treten. Und wir wollen uns den Kontext anschauen, worum es dabei überhaupt geht, was die Bibel damit meint, was die Symbolik dahinter ist. Geh zurück zu Hesekiel Kapitel 13, Hesekiel Kapitel 13, Vers 5. Denn diese Symbolik mit der Mauer oder mit der Wand und mit dem Riss, die wird auch schon in einem vorherigen Kapitel verwendet. In Hesekiel Kapitel 13, Vers 5, da heißt es, ihr seid nicht in die Risse getreten. Es ist die Predigt gegen die Propheten, gegen die falschen Propheten in Israel. Ihr seid nicht in die Risse getreten und habt keine Mauer um das Haus Israel gebaut, damit es im Kampf standhalten könnte am Tag des Herrn. Was ist damit gemeint? Schau dir den nächsten Vers an. Sie schauen Trunk und lügenhafte Wahrsagung. Sie, die sagen, so spricht der Herr, obwohl der Herr sie nicht gesandt hat. Und sie machen dem Volk Hoffnung, dass ich das Wort nicht erfülle. Also sie haben keine Mauer der Gerechtigkeit, keine Mauer der Wahrheit gebaut, die Propheten, sondern die Propheten sind eine Wand, die leicht einreißt. Sie sind keine echte Wand, sie sind keine echte Mauer. Warum? Weil sie Trug schauen, lügenhafte Wahrsagung. Sie, die sagen, so spricht der Herr, obwohl der Herr sie nicht gesandt hat. Also sie weissagen ganz einfach leere Worte, ganz einfach nichts. Ist alles gut, alles in Ordnung, Friede wird kommen. Aber es gibt keinen Frieden. Also anstatt eine Mauer der Wahrheit und Gerechtigkeit zu bauen, das ist, was Propheten, was Prediger tun sollen, stattdessen, was machen die falschen Propheten? Sie schauen Trunk und lügenhafte Wahrsagung. Sie sollten stattdessen eine Mauer der Gerechtigkeit bauen, als Schutz vor dem Zorn am Tag des Herrn. Als Prediger müssen wir nicht einfach sagen, alles gut, Friede wird kommen, sondern als Prediger müssen wir gegen die Sünden der Menschen predigen, um sie zu schützen. Das ist nicht, was Leute hören wollen, aber das, was sie brauchen, um sie zu schützen vor dem Zorn des Herrn, der über sie einbrechen wird eines Tages. Habt ihr nicht trügerische Gesichte gesehen? Schaut den nächsten Vers an. Habt ihr nicht trügerische Gesichte gesehen und lügenhafte Wahrsagungen ausgesprochen? Dabei gesagt, so spricht der Herr, während ich doch nicht geredet habe. Spring runter zu Vers 10, Hesekiel 13, Vers 10. Da heißt es darum, ja darum, weil sie mein Volk irregeführt und von Frieden geredet haben, wo doch kein Friede ist. Jener baut eine Wand und diese übertünchen sie mit Kalk. Und das ist eine interessante Stelle. Jener baut eine Wand, diese übertünchen sie mit Kalk. Es geht hier immerhin weiterhin um die Propheten. Es ist interessant, weil es nämlich vorher hieß, wo ist der Vers nochmal? Ihr seid nicht in die Risse getreten, habt keine Mauer gebaut. Heißt es im Vers 5, ihr habt keine Mauer gebaut um das Haus Israel, damit es im Kampf standhalten könnte am Tag des Herrn. Und hier heißt es jetzt, jener baut eine Wand und diese übertünchen sie mit Kalk. Warum steht das hier? Nun, sie bauen keine Wand, die standhalten könnte. Sie bauen keine feste Mauer, die standhalten könnte gegen den Zaun Gottes. Eine Mauer der Wahrheit, eine Mauer der Gerechtigkeit. Sondern sie bauen eine Wand, eine bröckelige Wand, die leicht einreißt. Die keine Substanz hat. Die nicht schön mit Mörtel gebaut ist, Stein auf Stein, schön mit Mörtel dazwischen verputzt. Nein, sondern einfach Stein auf Stein so ein bisschen und dann übertünchen mit Kalk. Wird schon niemand merken, dass es gleich einstürzen wird. Und die Leute merken es wirklich nicht. Die sich die Predigten von falschen Propheten anhören. Sie merken nicht, dass es eine bröckelige Wand ist, die mit Kalk übertüncht ist. Sieht schön aus, wird sicherlich halten. Aber hält natürlich nicht. So baut man keine Mauer. Also vorher heißt es, ihr seid nicht in die Risse getreten, habt keine Mauer gebaut. Dann heißt es, jeder baut eine Wand, diese übertüncht ist nicht mit Kalk. Sie bauen keine echte Mauer, keine Mauer der Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie bauen eine bröckelige Wand, die nicht wirklich mit Mörtel gebaut ist, die nicht ordentlich verputzt ist, sondern einfach drüber getüncht. Und die Symbolik dabei ist, dass auch falsche Propheten ein bisschen Wahrheit sagen. Es ist nicht so, dass sie gar keine Mauer bauen. Schau, nehmen wir einfach beliebte Prediger in Deutschland. Und ich habe gestern versucht, ein bisschen zu recherchieren, was sind gerade so die beliebtesten Prediger in Deutschland. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Ich meine, wenn man irgendwelche Charismatiker, Pfingstler fragt, die feiern Joyce Meyer. Auch junge Leute. Ich meine, ich will gar nicht den Namen des YouTube-Kanals nennen oder so, weil ich diese Leute nicht bewerben will in meiner Predigt unbedingt, weil die sowieso bedeutungslos sind. Aber junge Leute, die sagen, ja, wenn du auf der Autofahrt bist, dann hör doch einfach Joyce Meyer. Ich denke mir so, alter, dein Ernst? Joyce Meyer ist so diese Predigerin, die sich irgendwelche alten Frauen anhören. Und junge Männer sagen, dass Joyce Meyer eine tolle Predigerin ist. Ich meine, es ist so peinlich, so lächerlich, was soll ich überhaupt dazu sagen. Aber Joyce Meyer ist beliebt in Deutschland, weil sie auf Deutsch übersetzt wird, nicht wahr? Oder unter konservativeren Leuten wäre es beliebt, Olaf Latzel. Nun, weißt du was, Olaf Latzel sagt wahrscheinlich sehr, sehr viele richtige Dinge. Wahrscheinlich sogar das meiste, was Olaf Latzel sagt, ist richtig. Denk drüber nach. John MacArthur wird gerne gehört von konservativen Christen in Deutschland, nicht wahr? Wahrscheinlich ist vieles von dem, was er sagt, richtig. Schau, falsche Propheten bauen eine Wand. Sie bauen irgendeine Mauer, die überübertüncht ist. Sie wird einreißen. Sie predigen Lügen, die den Leuten gefallen. Und es ist so lustig, wie falsche Propheten, wir denken dabei natürlich hauptsächlich an ein falsches Evangelium. Ja, verderbliche Irrleber. So lustig, wie falsche Propheten daherkommen und immer behaupten, ja, heutzutage wird so ein weichgewaschenes Evangelium gepredigt. Sie meinen damit, einmal gerettet, immer gerettet. Und behaupten, dass es den Leuten gefalle. Das, was den Leuten gefällt, einmal gerettet, immer gerettet. Und sie predigen aber richtig hart. Und sagen dann, ja, du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher und so. Aber hier ist der Witz an der Sache. Das, was sie predigen, ist das, was den Leuten gefällt. Wie viele Leute glauben wirklich an einmal gerettet, immer gerettet? Wie viele Leute wollen das einfach so annehmen? Die wenigsten. Was den Leuten wirklich gefällt, ist ein falsches Evangelium. Was den Leuten wirklich gefällt, ist Selbstgerechtigkeit. Und das ist Tünche. Ich male einfach schön drüber. Das gefällt den Leuten. Das sieht gut aus. Aber diese Mauer wird einreißen, nicht wahr? Und dann heißt es in Vers 11, du bist weiter in Hesekiel, Kapitel 13, Vers 11. So sage nun denen, die mit Kalk tünchen, dass sie fallen wird, die Mauer. Es soll ein überschwemmender Platzregen entkommen und Hagelsteine werden fallen. Und ein Sturm wird losbrechen. Ja, siehe, die Wand wird fallen. Wird man dann nicht zu euch sagen, wo ist nun die Tünche, die ihr darüber getüncht habt? Und schau, falsche Propheten werden geliebt von der Welt, aber nur so lange, wie alles gut läuft, nicht wahr? Wenn dann Gottes Zorn losbricht, wenn dann der Tag des Herrn kommt, werden dann falsche Propheten noch geliebt werden? Stell dir die Frage. Die Leute werden dann sagen, wo ist die Tünche? Wo ist das, was ihr versprochen habt? Wo ist der Friede, von dem ihr geredet habt? Aber es ist kein Friede da. Sondern alles, was wir sehen, ist Krieg und Gottes Zorn. Falsche Propheten werden geliebt von der Welt, aber nur so lange, wie alles scheinbar gut läuft. Irgendwann werden Leute fragen, wo ist die Tünche, die ihr darüber getüncht habt? Schau dir Vers 15 an, spring runter zu Vers 15. So würde ich meinen Grimm vollstrecken an dieser Wand und an denen, die sie mit Kalk getüncht haben, und zu euch sagen, die Wand ist nicht mehr. Und die, welche sie getüncht haben, sind auch nicht mehr. Achte auf den nächsten Vers, nämlich, wer ist gemeint? Die Propheten Israels, die über Jerusalem weitsagen und Gesichter des Friedens für sie schauen, wo doch kein Friede ist, spricht Gott, der Herr. Also, was ist die Mauer? Was ist die Wand, von der wir hier sprechen? Denn die Predigt geht hauptsächlich um Hesekiel 22. Was ist mit der Mauer gemeint? Das ist natürlich keine wuchstäbliche Mauer, logischerweise, das haben wir schon gesehen. Sondern es ist eine menschliche Mauer. Eine Mauer von Propheten um das Volk herum. Eine Mauer von Predigern um das Volk herum. Stell dir damals eine Stadt vor mit einer Stadtmauer. Wenn du in Deutschland in einer Altstadt lebst, dann gibt es manchmal noch Überreste von einer Stadtmauer. Sie dienen zum Schutz vor Feinden. Und bei dieser Mauer geht es aber interessanterweise nicht um Schutz vor Feinden, sondern um Schutz vor dem Herrn. Vor dem Zorn Gottes, nicht wahr? Es ist eine Mauer, die sich sozusagen nicht nach außen richtet, um Feinde abzuwehren, sondern es ist eine Mauer, die sich nach innen richtet. Die sich sozusagen gegen das Volk richtet. Oder das, was das Volk denkt. Deswegen haben sie die Propheten gehasst, weil sie gegen Sünden predigen, nicht wahr? Aber das ist der Schutz, den Menschen brauchen. Predigt gegen ihre Sünde. Das ist eine Mauer mit Abwehr, die sich nach innen richtet. Wir reden hier von einer menschlichen Mauer, eine menschliche Wand, die aus Propheten besteht. Man könnte auch sagen, eine Mauer der Gerechtigkeit. Denn Propheten sollten natürlich die Wahrheit predigen, Gerechtigkeit predigen. Und es macht auch Sinn in dem Kontext, wenn es hier heißt, ich versuche nochmal den Vers rauszufinden, in Vers 5. Wenn es heißt in Vers 5, ihr seid nicht in die Risse getreten, habt keine Mauer um das Haus Israel gebaut, damit wir diesen Kampf standhalten können am Tag des Herrn. Also, was ist hier das Bild? Eine Mauer von Menschen. Soldaten, die dastehen und ihre Stellung halten. Und niemanden durchlassen im Kampf am Tag des Herrn. Das ist ein militärisches Bild, könnte man sagen. Also eine menschliche Mauer, eine Mauer von Propheten, eine Mauer der Gerechtigkeit und Wahrheit, die es aber in Israel so nicht gab. Nun, es gab ein bisschen eine Wand, aber eine bröckelige Wand, die nicht ordentlich mit Mörtel gebaut war, die nicht wirklich mit Putz verputzt war, sondern wo drüber gestrichen wurde. Ein bisschen Kalktünche drüber, sieht gut aus, sieht gut genug aus. Wird niemand merken, dass es gleich einstürzt. Und was könnte man sagen, ist die Tünche? Ist die falsche Weissagung. Alles gut, Friede, es wird alles gut sein. Sünde quasi schön zu reden, es wird alles gut sein. Kein Problem. Mit diesem Gedanken geht es zurück zu Hesekiel Kapitel 22. Hesekiel Kapitel 22, ich fange schon mal vorzulesen. Ich fange schon mal an vorzulesen, Vers 24, da heißt es, Hesekiel 22, Vers 24, wenn sich Menschensohn spricht zu ihm, du bist ein Land, das nicht gereinigt worden ist, das keinen Regenguss empfangen hat am Tag des Zorns. Seine Propheten haben sich in ihm miteinander verschworen. Gleich einem brüllenden Löwen, der den Raub zerreißt, verschlingen sie Seelen, reißen Reichtum und Gut an sich und machen viele Witwen darin. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden, zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen von meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte, Vers 27. Seine Fürsten achtet darauf, die daran wohnen, sind wie Wölfe, die den Raub zerreißen. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um unrechtmäßigen Gewinn zu machen. Vers 28, seine Propheten streichen ihnen, den Fürsten, mit Tünche darüber. Sie schauen Trug und Wahrsagen ihnen Lügen und sagen, so spricht Gott, der Herr, während auch der Herr gar nicht geredet hat. Das Volk des Landes ist gewalttätig und begeht Raub, ist unterdrückt, die Armen und Bedürftigen und den Fremdlingen misshandelt es gegen alles Recht. Also die ohnehin schon bröckelige Wand der falschen Propheten hat klaffende Risse der Sünde. Einfach offensichtliche Risse. Es ist ein Riss in der Mauer. Was wäre ein Beispiel für diesen Riss? Schau dir Vers 27 an. Seine Fürsten, die darin wohnen, sind Wölfe, die den Raub zerreißen. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um unrechtmäßigen Gewinn zu machen. Einfach offensichtliche Sünde, offensichtliche Risse in der Mauer, die eigentlich eine Mauer der Gerechtigkeit sein sollte. Und die Propheten, was sollten sie machen? Sie sollten in den Riss treten. Tritt in den Riss, ist der Titel meiner Predigt. Sollen in den Riss treten und predigen gegen die Sünde. Was machen sie stattdessen? Sie versuchen, die Risse in der Wand, die eindeutigen Rissen der Mauer zu überstreichen. Das ist niemand bemerkt. Sie streichen ihnen, heißt es in Vers 28, was ist gemeint? Den Fürsten streichen sie mit Tünchi darüber. Also die Leute, die Sünde begehen, sie streichen mit Tünchi darüber. Sie lassen es wieder weiß aussehen. Sieht alles gut aus. Ich kann mich erinnern, unser Haus, in dem ich gewohnt habe, das hatte einen Riss an der Fassade, der irgendwann entstanden ist. Ich weiß nicht, wie der zustande kam. Wahrscheinlich, vielleicht hat das irgendetwas damit zu tun, dass es Hochwasser gab. Und manchmal sackt dann ein kleines bisschen der Boden ab, wenn es auch nur irgendwie Millimeter sind oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht gibt es daran, keine Ahnung. Aber es ist irgendwann ein Riss in der Fassade entstanden. Und ich meine, das ist nicht das perfekte Beispiel, denn das hat wahrscheinlich nichts an der Statik des Hauses verändert. Es wäre nicht zusammengebrochen wie eine Mauer. Aber es gibt natürlich zwei Optionen. Entweder das, was wir gemacht haben, man kann halt so äußerlich ein bisschen verputzen, drüber streichen, dass es niemand sieht, dass es wieder schön aussieht. Oder man könnte natürlich auch mehr tun. Ich weiß nicht was tun. Ich bin kein Baumeister. Aber daran habe ich gedacht, einfach bei der Predigtvorbereitung. Und logischerweise ist das keine Lösung auf Dauer, nicht wahr? Man müsste sicherlich etwas an der Mauer verändern oder am Fundament, um wirklich komplett zu verhindern, dass wieder ein Riss entsteht. Aber man kann drüber streichen und es wird niemand bemerken. Sieht erst mal wieder schön aus, nicht wahr? Und die falschen Propheten, nicht nur in Israel, sondern auch heutzutage, sie streichen Menschen mit Tünnchen drüber. Menschen, die Sünden begehen. Offensichtliche Sünden. Risse der Sünde sind in der Mauer. Die Mauer wird einstürzen. Aber anstatt in den Riss zu treten, anstatt die Lücke zu füllen, die Lücke in der menschlichen Mauer, anstatt zu sagen, ich trete in den Riss und ich predige gegen Sünde. Stattdessen versuchen sie es zu übertünchen. Alles gut. Hier ist ein bisschen Sünde, ein bisschen drüber streichen. Nicht so schlimm. Friede, wo doch kein Friede ist. Schau dir Vers 30 an. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und von mir in den Riss treten könnte. Also wie wird die Mauer zugemauert, indem ein Mann, ein Mensch, ein Prophet in den Riss tritt? Es geht um eine menschliche Mauer der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Predigt gegen Sünde. Eine Mauer, die nach innen gerichtet ist, zum Volk und gegen die Sünden des Volkes predigt. Um sie vor dem Zorn des Herrn zu schützen, der über sie hereinbrechen wird. Er die Mauer zumauern und von mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keine Schau. Gott sucht nach einem Mann, der sich bereit macht. Und weißt du, es gibt in Deutschland nicht nur einen Riss. Es gibt wahrscheinlich mehrere Risse, nicht wahr? Viele Risse in der Mauer. Ich meine, Gott würde auch schon in einem Land gnädig sein. Das ist das Positive daran. Gott würde in einem Land gnädiger sein, wenn es auch nur einen Mann gibt, der sagt, ich trete in den Riss. Ich predige gegen die Sünden dieses Volkes. Wie viel besser wäre es aber wahrscheinlich, wenn es mehrere Männer gäbe. Wenn es mehrere Propheten gäbe. Die von den Dächern predigen. Schön, wenn es Gemeinden gibt. Unabhängige Baptistengemeinden in Deutschland, die einfach so unter sich sind. Und dann kann man da hingehen und Gemeinschaft haben mit den Brüdern. Super, toll. Will ich gar nicht dagegen reden, okay. Aber was braucht Deutschland wirklich? Von den Dächern muss gepredigt werden. Öffentlich muss gepredigt werden. Dass jeder es hören kann. Denn weißt du, diese Baptistengemeinden in Deutschland, sie erreichen nicht wirklich Menschen. Und preis den Herrn für die paar Menschen, die sie erreichen. Aber wir brauchen Männer, die wirklich in den Riss treten. Die gegen die Sünden dieses Volkes predigen. So, dass jeder es hören kann. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Öffentlich. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht Gott der Herr. Ich werde ihren Wandel auf ihren Kopf bringen. Ich habe es satt. Da ist niemand in den Riss getreten. Dann zerstöre ich euch. Da schüttet ich meinen Zorn über sie aus. Risse der Sünde. Was sind Risse der Sünde, die wir hier finden in diesem Kapitel, in Kapitel 22? Risse der Sünde, die wir in Deutschland finden. Was sind Risse der Sünde? Klaffende Risse in der Mauer, die gefüllt werden müssen. Und Sünden, gegen die gepredigt werden muss. Dass die Mauer wieder ordentlich aufgebaut wird. Mit Mörtel. Und ordentlich verputzt wird. Nicht einfach nur mit Tünchen drüber streichen. Dann lehnt man sich daran und dann bricht die Mauer ein. Du kannst dich nicht verlassen auf einen falschen Propheten. Du kannst dich verlassen auf einen Prediger, der dir sagt, was in der Bibel steht. Hesekiel 22, Vers 3. Schau dir Vers 3 an. So spricht Gott der Herr, o Stadt, die in ihrer Mitte Blut vergießt, damit ihre Zeit komme. Und die, weil sie selbst Götzen macht, damit sie sich verunreinige. Die, weil sie selbst Götzen macht. Achte auf dieses Wort. Götzen sind gemacht. Götter, die Götter, die die Menschen anbeten, abgesehen von dem lebendigen Gott, sind gemacht. Sie sind geschaffen. Dagegen Gott, der Herr, ist der Schöpfer. Was ist ein Riss der Sünde? Was ist ein Riss der Mauer, den wir in Deutschland sehen? Götzendienst. Götzendienst. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie denken auch so viele Christen, dass es irgendwie nicht so ein Ding sei, Götzendienst in Deutschland. Und ja, wenn man ins Ausland geht, irgendwie in der Mission, irgendwie in Thailand, da sieht man ganz viel davon. So ungefähr Aussagen in die Richtung habe ich gehört. Und da werden wirklich dann dauernd Götzen angewählt. Aber lass mir dir was verraten. Götzendienst, ja natürlich, da geht es, denken wir hauptsächlich, irgendwie daran, buchstäbliche Statuen zu verehren, davor niederzuknien. Irgendwelche Bilder, davor niederzuknien. Aber es geht auch ganz einfach darum, falsche Götter anzubeten. Und das ist ein Ding in Deutschland. O Stadt, die in ihrer Mitte Blut vergießt, damit ihre Zeit komme und die bei sich selbst Götzen macht, damit sie sich verunreinige. Als könnten Gegenstände etwas erschaffen. Als könnten Gegenstände dir helfen. Und zu sagen, hier, das ist mein Gott. Oder wie falsche Könige, gottlose Könige im alten Israel gesagt haben, das sind deine Götter, o Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Nicht wahr, die zwei Kälber, König Jeroboam. Als könnten Gegenstände uns helfen. Als könnten Gegenstände etwas erschaffen. Das ist Lästerung gegen den Herrn. Der Herr hasst es, wenn andere Götter verehrt werden. Der Herr hasst es mit anderen Worten, wenn der Teufel angebetet wird. Und Götzendienst, weißt du, das sollte uns erbost machen. Das sollte uns zornig machen. Wenn jemand anderes angebetet wird, als der Herr selbst, der uns geschaffen hat. 1. Korinther 10, Vers 19. Du kannst aufschlagen. 1. Könige 18, Vers 26. 1. Könige 18, Vers 26. Lass ein Lesezeichen drin in Hesekiel Kapitel 22. Ich lese dir vor aus 1. Korinther 10, Vers 19. Was sage ich nun? Dass ein Götter etwas sei oder dass ein Götter ein Opfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern. Und nicht Gott, ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Also was ist die Aussage von Vers 19? Was sage ich nun, dass ein Götter etwas sei? Das ist eine rhetorische Frage. Nein, natürlich nicht. Oder dass ein Götter ein Opfer etwas sei? Dann Vers 20. Nein. Also der Götter an sich, die Figur, das Bild, die Statue an sich, das ist nichts. Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Es ist lächerlich. Es ist zum Tod nachrennen. Wenn Hindus auf eine Statue Milch ausgießen. Das wäre eine Verschwendung. Kann ich bitte die Milch trinken? Hallo? Ich trinke gerne Milch. Vor allem würde es in Indien wahrscheinlich gute Rohmilch sein. Hallo? Dann Götze kann ich es trinken, Idiot. Wie kannst du andere Religionen beleidigen? Ja, weißt du was? Wir werden andere Religionen beleidigen. Ich sage nicht, die Menschen beleidigen. Okay. Darum geht es mir nicht. Sondern ihren Götzendienst. Ihre Götzen, die werden wir verspotten. Und das werde ich dir gleich zeigen. Was sage ich nur, dass ein Götter etwas sei? Oder dass ein Götter ein Opfer etwas sei? Das ist nichts. Das ist einfach nur ein Witz. Das ist einfach nur ein Gegenstand. Das ist gar nichts. Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern. Und nicht Gott. Was ist damit gemeint? Schau, die Statue an sich ist nichts. Aber opfern sie wirklich der Statue? Nun, das ist, was die Katholiken denken. Wenn sie sich niederbeugen vor Maria. Wenn sie sich bekreuzigen vor irgendwelchen Heiligen. Oder was auch immer. Für irgendwelchen Schutzpatronen. Wenn sich Hindus niederbeugen vor irgendwelchen Statuen. Das ist, was sie denken. Dass sie tatsächlich Gott dienen. Das ist so. Viele Leute mit guten Absichten gibt es da draußen. Die denken, sie dienen Gott. Aber gibt es nicht auch den Vers in der Bibel, wo es heißt, dass es Leute geben wird, die meinen, sie würden Gott einem Gefallen tun, wenn sie uns töten? Schau, es gibt sogar Leute, die werden uns töten. Und sie meinen wirklich, sie glauben wirklich, dass sie Gott einem Gefallen tun. Aber ist das wirklich so, dass sie Gott einem Gefallen tun? Hm, richtig schwierige Frage, nicht wahr? Sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern nicht Gott. Schau, unwissenderweise dienen diese Menschen dem Teufel. Dienen diese Menschen dem Satan. Sie tun dem Satan einen Gefallen. Sie dienen Dämonen. Sie sind in Gemeinschaft mit Dämonen. Sie stehen unter dem Einfluss von Dämonen. Unwissenderweise. Schau die erste Könige 18, Vers 26 an. Als der Prophet Elia die Baals-Propheten gerufen hat und sie sollten ein Opfer darbringen und der Gott, der mit Feuer antworten würde, der sei der Herr. Und es heißt in Vers 26, und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an von morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns! Aber da war keine Stimme, noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Ich muss das mal kurz nachmachen. Erhöre uns! Ich komme mir jetzt schon lächerlich vor. Sie hüpften um den Altar. Was ist das für ein Bild? Den man gemacht hatte, als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut! Also Elia spottet über sie. Der Prophet des Herrn spottet über sie. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut! Der nächste ein Gott! Schau, das ist doch ein Gott, der ihr da anbetet! Euer Baal, das ist doch ein Gott! Warum antwortet ihr denn nicht? Er macht sich lustig über sie. Er macht sich lustig über ihren Gott. Nicht wahr? Vielleicht denkt er nach. Oder er ist beiseite gegangen. Oder er ist auf Reisen. Oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Schau, diese Leute neben ihren Götzendienst sehr, sehr ernst. Sie glauben tatsächlich, dass sie das Richtige tun. Sie glauben tatsächlich daran. Ich meine, sie scheuen nicht davor, sich Einschnitte zu machen, sich in Trance zu versetzen, dadurch, dass sie als Blut an ihnen, ja, sich blutige Wunden zufügen. Wahrscheinlich, was sie damit durchgemacht haben, dass sie sich in Trance versetzt haben, in eine Art Rauschzustand. Schau, was wir hier sehen, ist, dass vermeintliche Götter ins Lächerliche gezogen werden. Vermeintliche Götter werden hier eindeutig vor einem Propheten des Herrn ins Lächerliche gezogen. Amen. Warum können wir das machen? Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei? Oder dass ein Götze ein Opfer etwas sei? Nein. Der Götze an sich ist gar nichts. Das ist ein Witz. Schau, Leute, die ihren Baal anrufen, dieser Gott existiert nicht. Das ist ein Witz. Was kein Witz ist, dass der Teufel existiert. Was kein Witz ist, dass sie in Gemeinschaft mit Dämonen sind. Und hier ist der Unterschied, denke ich, den man beachten sollte dabei. Elia macht sich nicht über den Teufel lustig. Elia macht sich lustig über einen angeblichen Gott, der gar nicht existiert. Über ein Phantom macht er sich lustig. Macht sich nicht über den Teufel lustig. Ich denke, da muss man unterscheiden, denn die Bibel sagt im Judasbrief, dass der Erzegge Michael es nicht wagte, ein lästernes Urteil zu fällen, sondern er sprach, der Herr strafe dich. Diese falschen Propheten, aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur, wie die Unfalle für die Tiere wissen, darin verderben sie sich. Also falsche Propheten, sie werden sich lustig machen über den Teufel. Und man sieht es bei falschen charismatischen Predigern, dass sie gegen den Teufel antreten und sozusagen einen Boxkampf führen und sich lustig machen über den Teufel, was extrem unangemessen ist. Und das sollten wir nicht tun. Punkt. Ganz einfach. Aber der Unterschied ist, Götzen, irgendwelche Statuen oder irgendwas, das ist nichts. Einfach irgendwelche Figuren aus Holz und Stein, das ist nichts. Okay. Und Baal, dieser falsche Gott, den sie angebetet haben, der existiert nicht. Das ist ein Witz. Aber dahinter verbirgt sich der Teufel, nicht wahr? Sie dienen unwissentlich dem Teufel. Gott hasst es, wenn andere Götter angebetet werden, der Herr hasst es, wenn der Teufel angebetet wird, wenn dem Teufel gedient wird. Und heute spielt es keine Rolle, was irgendwie die vorherrschende Religion in einem Land ist. So als würde sich Gott davon beeinflussen lassen. Naja, das ist halt Indien, okay, das ist halt Hinduismus, ist in Ordnung. Die Leute begegnen halt Gott auf ihrem eigenen Weg, auf ihrer eigenen Art und Weise. Nein, spielt keine Rolle. Auch in einem Land, das dominiert ist von Hinduismus, muss gegen Hinduismus gepredigt werden. Muss gegen falsche Götter gepredigt werden. Auch in einem Land, das dominiert ist von Katholizismus und Protestantismus, muss gepredigt werden gegen diese falschen Religionen. Und natürlich kann man gerettete Protestanten finden. Ich werde jetzt nicht übertreiben damit. Aber Katholiken, es gibt keinen einzigen geretteten Katholiken. Wenn ein Katholik gerettet wird, ist ja kein Katholik mehr. Hallo. Und, irre dich nicht, Katholiken sind Götzendiener. Katholiken sind richtig große Götzendiener. Sie beten Maria an. Und schau, das ist etwas, was gepredigt werden muss in Deutschland. Denn Deutschland ist ein teils katholisch dominiertes Land. Besonders im Süden, nicht wahr? Baden-Württemberg, Allerheiligen, ist das nicht ein Feiertag bald im Fahrzeug? Oder in Baden-Württemberg allgemein? Schau, es spielt keine Rolle, was die forschende Religion ist. Auch wenn nur ein einziger Mann da ist und alle anderen sind Katholiken, dieser eine Mann, der gerettet ist, der soll gegen diese falsche Religion predigen. und diesen Götzendienst zurechtweisen. Denn weißt du was? Der Herr ist kein Demokrat. Du bist nicht darüber abgestimmt, was die richtige Religion ist. Es gibt nur eine richtige Religion. Biblisch ist Christentum. Der lebendige Gott, der Herr. Und der Herr hasst es, wenn Dämonen geopfert wird, wenn Dämonen gedient wird. Und weißt du was? Deine Maria ist, da verbirgt sich ein Dämon dahinter. Maria hört dich nicht! Maria ist im Himmel! Die echte Maria, die Person Maria, sie ist im Himmel. Denkst du, sie hört dich? Du betest zu einer Statue, du betest letzten Endes zu einem Dämon. So sieht es aus. In Deutschland muss Katholizismus zurechtgewiesen werden, hart dagegen gepredigt werden. Und auch gegen katholische Traditionen wie Halloween muss gepredigt werden. Ich meine, Halloween kommt bald. Und was ist das? Allerheiligenabend ist eigentlich, was das bedeutet. Das ist eine ursprünglich katholische Tradition, die sich natürlich vermischt hat, mit Heidentum. Oder muss man das überhaupt dazu sagen? Denn Katholizismus ist per Definition Heidentum vermischt mit christlichen Elementen. Und dagegen muss gepredigt werden. Schau, es ist mir egal, was die vorherrschende Religion ist. Das, was die Leute hören müssen, ist nicht das, was sie hören wollen. Sie wollen Friede hören, es ist alles in Ordnung. Sie wollen Propheten, die so machen, einfach ein bisschen drüber streichen, Joyce Meyer, Gott ist nicht sauer auf dich. Weißt du, was die Bibel sagt? Dass der Herr zirnt mit den Gottlosen jeden Tag. Dass der Herr ein Gott, der Rache ist, dass der Herr ein Kriegsmann ist und der zirnt mit den Gottlosen jeden Tag. Und schau, wenn wir gegen falsche Religion predigen, dann tun wir den Menschen einen Gefallen. Dann schützen wir die Menschen vor dem Zorn Gottes. Es ist mir egal, was die Reaktion auf diese Predigt ist. Was ich mir bei der Predigtvorbereitung denke, ist, ich will einfach das predigen, was die Bibel sagt. Ich will einfach das predigen, was die Bibel sagt. Herr, bitte führe mich, leite mich, dass ich einfach das predige, was dein Wort sagt. Einfach die Wahrheit. Weißt du was? Dann wird dabei rauskommen, was auch immer dabei rauskommt. Spielt keine Rolle, wie Leute darauf reagieren. Haben Leute in Malten Israel gut darauf reagiert, wenn Propheten gegen sie gepredigt haben? Schau dir Vers 7 an. Risse der Sünde, Götzendienst. Götzendienst finden wir auch in Deutschland. Und, und, Leute in falschen Religionen, sie beten alle den Teufel letzten Endes an. Es ist mir egal, ob das Juden sind, es ist mir egal, ob das Katholiken sind, ob das Jesiden sind, ob das Moslems sind. Sie beten alle zum Teufel letzten Endes. Sie dienen alle Dämonen. Sie stehen unter dem Einfluss von Dämonen. Und, warum spreche ich das jetzt an? Wie bin ich darauf gekommen? Ich hatte vor einem Jahr mittlerweile eine Podcast-Folge gemacht, über das Thema Jesidentum. Und, und wir haben in der Podcast-Folge einfach darüber gesprochen, wie das Jesidentum eindeutig den Teufel vererbt. Und das ist im Jesidentum sehr eindeutig. Lass mich das sagen, weil jetzt ist dieses Video in die Höhe geschossen mit den Aufrufen und so viele Leute haben kommentiert, so viele Jesiden und von wegen Rassismus und bla bla bla. Schau, weißt du, was wir auch sagen? Dass Moslems den Teufel anbeten. Das habe ich auch schon vor Jahren gesagt in meiner Predigt Wehe der Sündigen Nation, nicht wahr? Moslems dienen den Teufel. Und deswegen wurde ich übrigens nicht zu einer Geldstrafe verurteilt, meines Wissens, weil man das in Deutschland sagen kann. Und auch wenn man es nicht sagen dürfte, würde ich es trotzdem sagen, weil es die Wahrheit ist. Moslems dienen dem Teufel. Euer bescheuerter Gott existiert nicht. Er dient dem Teufel. Euer Mohammed brennt in der Hölle. Pädophiler, widerwärtiger, Drecksack. Wie man ihn auch immer bezeichnen will. Katholiken dienen Dämonen. Schau, hier ist das Ding. Es gibt so viele Leute, die gute Absichten haben. Es wird auch Leute geben, die haben gute Absichten, wenn sie uns umbringen. Sie haben gute Absichten damit. Schau, irgendwelche fanatischen Moslems, die die Christen verfolgen, sie denken, sie tun etwas Gutes damit, nicht wahr? Und ich glaube ihnen das sogar. Ich glaube ihnen, dass sie das wirklich ernst meinen. Ansonsten würden sie nicht so etwas Krasses machen. Sie meinen das wirklich ernst. Sie denken, sie tun etwas Gutes. So viele Leute mit guten Absichten, aber sie dienen letzten Endes Dämonen. Sie dienen letzten Endes dem Teufel. Schau, es ist so eindeutig in vielen falschen Religionen, dass der Teufel angebetet wird. Ich meine, es heißt über Allah, dass er den Allah des Koran, des Islams, denn Allah ist, soweit ich das verstehe, einfach nur ein allgemeines Wort für Gott. Aber sie beten natürlich einen falschen Gott an. Es heißt, dass er der größte Listenschmied ist. Während in der Bibel steht, dass der Teufel der Lügner ist von Anfang an. Der Teufel ist der größte Lügner. Koran sagt, Allah ist der größte Listenschmied. Oder was auch immer für eine Sure oder was auch immer. Aber das stimmt. Das steht da wirklich. Oder was ist mit im Hinduismus? All diese Götter, die teilweise transen sind, buchstäblich männlich-weiblich gemischt und einfach buchstäblich wie Teufel aussehen, wie Dämonen aussehen, einfach nur gruselig aussehen. Sie dienen Gott. Sie nahen sich Gott auf ihre Art und Weise. Indem sie Dämonen opfern? Okay. Ich denke, ich habe genug gesagt dazu. Risse der Sünde. Wir finden Götzendienst in Deutschland. Alle falschen Religionen dienen letzten Endes dem Teufel unwissenderweise. Ich sage nicht, dass sie das wissentlich tun. Schau, dient dem Herrn. Ihr werdet zur Hölle fahren, wenn ihr nicht an den Herrn Jesus Christus glaubt, der für eure Sünden gestorben ist. Hesekiel 22, Vers 7 sagt, man hat in dir Vater und Mutter verachtet, man hat in deiner Mitte dem Fremdling Gewalt angetan, man hat in dir Witwen und Waisen bedrängt. Etwas, was mein Opa mir immer eingeschärft hat, wir betrachten jetzt den nächsten Riss der Sünde, Ehre Vater und Mutter. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was wurde in Israel getan? Man hat in dir Vater und Mutter verachtet. Und ist das nicht eine Tendenz heutzutage, die Eltern zu verachten? Das ist etwas, was mein Opa mir immer eingeschärft hat. Wenn er bei uns zu Besuch war und ich irgendwie aufmüpfig war, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Hat er mir immer eingeschärft. Hat mich damals natürlich nicht interessiert, logischerweise. Hat mich nicht gejuckt, aber ich habe es mir gemerkt. Und als ich Christ wurde, dann ist mir aufgefallen, das ist etwas, woran ich arbeiten muss. Das ist etwas, worin ich besser werden muss. Und schau, ich habe oft, sehr oft gebetet, dass Gott mich nicht tötet. Wenn ich irgendwie einen schlechten Gedanken gegenüber meinem Vater hatte, ich habe oft gebetet, dass Gott mich nicht tötet. Dass der Herr mich nicht einfach umbringt. Schau, du solltest dich besser fürchten, wenn du dich schlecht verhältst gegenüber deinen Eltern. Gut, dass ich noch am Leben bin. Weißt du? Die Bibel ist eindeutig, dass Gott dich umbringen kann auf eine ekelhafte Art und Weise, wenn du Vater und Mutter verachtest. Dass die Raben deine Augen aushacken werden. Du liegst irgendwo auf dem Feld und wilde Tiere zerfressen dich, mit anderen Worten. So kann dein Leben enden. Man hat in dir Vater und Mutter verachtet. Man hat in deiner Mitte dem Fremdling Gewalt angetan. Man hat in dir Witwinnen und Waisen bedrängt. Und was ist, wenn du ungläubige Eltern hast? Ich meine, das ist tatsächlich etwas, wovon die Bibel nicht spricht. Es gibt keine eindeutigen Verse dazu. Irgendwie so nach dem Motto, also wenn du gläubige Eltern hast, dann musst du Vater und Mutter ehren, aber wenn du ungläubige Eltern hast, dann ist das irgendwie nicht so und dann gibt es all die Ausnahmen. Davon spricht die Bibel nicht. Solche Verse gibt es nicht, so eindeutig. Natürlich, wie ich das schon mal gesagt habe, wenn wir uns darauf fokussieren, was die Bibel tatsächlich sagt, worauf sich die Bibel fokussiert, dass wir uns unterordnen, dass wir unsere Autoritäten ehren, dann werden wir auch die richtige Einstellung haben, wenn Autoritäten vielleicht tatsächlich ihre Kompetenzen überschreiten, weil wir das nämlich letzten Endes aus Furcht vor dem Herrn tun. Das heißt, wenn die Bibel sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ich meine, natürlich lieben wir den Herrn mehr oder sollten wir den Herrn mehr lieben und sollte es zu einer Situation kommen, wo ungläubige Eltern uns verbieten, in eine Kirche zu gehen. Nun, hier ist das Ding, die Bibel sagt nichts dazu. Okay, die Bibel sagt nichts dazu. So einfach ist das. Und ich will predigen, was die Bibel sagt. Es gibt einfach nur Prinzipien, die wir aus der Bibel ableiten können, wie zum Beispiel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist eine Aussage der Apostel, nicht wahr? Natürlich gibt es Dinge, die du tun solltest als Christ und letzten Endes aber ist es möglich in den allermeisten Fällen mit Eltern, mit ungläubigen Eltern, mit Autoritäten, die Regeln haben, die nicht der Bibel entsprechen, es ist meistens trotzdem möglich, eine Einigung zu finden, einen Kompromiss zu finden. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 18 ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und schau, wenn du ungläubige Eltern hast, aber du bist gerettet und du willst in eine Kirche gehen und deine Eltern sagen aber, du gehst nicht in diese Kirche, diese Baptisten, die sind zu krass oder was, weißt du was, dann versuch einen Kompromiss zu finden und sagst, naja, aber ich könnte auch in diese Gemeinde gehen. Ist vielleicht ein bisschen weich gewaschen, aber hier ist das Ding, was sagt die Bibel? Sagt die Bibel, dass du in die beste Gemeinde gehen sollst oder sagt die Bibel einfach nur, dass du die Versammlung nicht verlassen sollst? Okay, was lehrt die Bibel? Okay, die Bibel lehrt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Die Bibel macht keinen Unterschied zwischen gläubigen und ungläubigen Eltern. Es gibt keine eindeutigen Verse dazu. Okay? Die Bibel sagt, dass du die Versammlung nicht verlassen sollst. Also, wenn du einen Kompromiss finden kannst mit deinen Eltern, dass du halt in eine weich gewaschenere Gemeinde gehst, die aber halt immer noch irgendwie sind ein paar gerettete Leute da, dann weißt du was, dann geh in diese Gemeinde, würde ich sagen. Dann hältst du Frieden mit deinen Eltern, du hast einen Kompromiss gefunden, du hast dich deinen Eltern nicht einfach widersetzt, gehst in eine Gemeinde, gehorchst Gott. Gott wird dich segnen, weil du in eine Gemeinde gehst. Gott wird dich segnen, weil du deine Eltern ehrst, weil du ihnen gehorchst. Wäre das nicht ein möglicher Kompromiss? Es gibt immer schwierige Situationen, aber halte ich an das, was die Bibel tatsächlich sagt. Okay. Das, was die Bibel sagt, das Einzige, was ich dir hier predigen kann, ist Ehre Vater und Mutter. Das ist, was die Bibel sagt. Bei Autoritäten wird es in der Regel nicht unterschieden zwischen unglaublich und gläubig. Es gibt nur einen Vers, der mir dazu einfällt. Einen konkreten Vers. Vielleicht können wir Beispiele finden, natürlich aber einen konkreten Vers, wo zwischen einem gläubigen und einem ungläubigen Herrn im Sinne von Arbeitgeber gesprochen wird. Aber da sagt die Bibel nicht etwa irgendwie, naja, dass man dem ungläubigen Arbeitgeber, dem ungläubigen Herrn irgendwie in der und der Situation nicht gehorchen sollte, weil er ungläubig ist, sondern vielmehr spricht die Bibel davon, dass es eine Gefahr ist, dem gläubigen Herrn weniger zu achten, weil er ein Bruder ist. Also die Gefahr laut der Bibel besteht eher bei einem gläubigen Herrn, bei einem gläubigen Arbeitgeber, weil man vielleicht ein bisschen zu nah sein könnte, denn er ist ja ein Bruder und man wartet keine respektvolle Distanz. Die Bibel spricht davon eindeutig, dass wir auch unseren verkehrten Herren gehorchen sollen. Ich meine, das ist eine ziemlich eindeutige Aussage. Da wird uns ein sehr eindeutiger Fokus bewusst, den die Bibel legt, dass wir Autoritäten ganz einfach gehorchen. Das ist der Fokus der Bibel, du gehorche einfach. Die Ausnahmen sind extrem wenige tatsächlich. Oftmals kann man mit Menschen eine Einigung finden, einen Kompromiss finden. Ich sage nicht, dass es immer möglich ist. Schau, letzten Endes bist du natürlich für dein geistiges Leben verantwortlich. Du musst irgendwas daraus machen. Aber weißt du, was dem Herrn gefällt, was dem Herrn wirklich gefällt und wenn du lange leben willst, dass du Vater und Mutter ehrst. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und Gott kann dein Leben auf ekelhafte Art und Weise enden lassen, wenn du Vater und Mutter verachtest. Und lass mich jetzt sagen, ich hatte Schiss davor. Ich habe oft gebetet, dass der Herr mich nicht tötet. Und weißt du was, wenn du Vater und Mutter ehrst, egal ob die gläubig oder ungläubig sind, weißt du, sie werden netter dir gegenüber sein, sie werden dir wahrscheinlich mehr zulassen. Und hier ist das, was ich nicht sage. Ich sage nicht, wenn du X tust, dann wird Y passieren. Es ist oftmals im Leben nicht so einfach. Du tust X, dann passiert Y. Nur das ist die Regel, aber es gibt Ausnahmen, nicht wahr? Aber das ändert nichts daran, dass du Vater und Mutter ehren sollst. Malachi Kapitel 1, Vers 6 sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr, der Herrscher und zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtigt macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtigt gemacht? Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Gott fragt, wo ist meine Ehre? Ehrt mich! Das ist nicht, was Leute hören wollen, sondern was sie hören müssen. Ehre, dem die Ehre gebührt, sagt die Bibel. Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Schau dir jetzt Vers 26 an in Hezekiel Quill 22. Vers 26, da heißt es, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nichts zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen von meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Mit anderen Worten, ich werde entehrt in ihrer Mitte. Ist nicht das, wovon wir gelesen haben oder was ich vorgelesen habe aus Malachi Kapitel 1, Vers 6. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Ja, die Priester und Gott spricht hier zu den Priestern, spricht die Herr der Herrscher und zu euch Priestern, die meinen Namen verächtigt machen. Die Priester, was sie predigen sollten ist, ehrt den Herrn, Ehre Vater und Mutter. Schau, Christen, die Vater und Mutter nicht ehren, ehren auch den Herrn nicht. Christen, die versuchen Ausreden zu finden, ehren auch den Herrn nicht. Priester oder verallgemeinern wir das, Prediger, Propheten, was tun sie nicht? Woran mangelt es? Was ist ein Riss der Sünde, der gefüllt werden muss? Predigt über das Thema, dass du Vater und Mutter ehren sollst, dass du gehorchen sollst. Das fehlt. Lass mich dir das sagen. Jahrelang bin ich in Deutschland zur Kirche gegangen. Ich kann mich an keine einzige Predigt erinnern, wo mit Nachdruck gepredigt wurde. Kinder, ehrt eure Eltern, Ehre Vater und Mutter, wie man das meinen Opa damals eingeschärft hat. Gut, dass ich so einen Opa hatte. Das hat bestimmt unterbewusst eine Wirkung auf mich gehabt. Weißt du was? Ich kannte diesen Vers. Ich kannte diesen Vers. Ich habe keine einzige Predigt gehört und ich will nicht sagen, dass dieser Vers niemals erwähnt wurde oder irgendwas. Aber ich meine, eine Predigt, die wirklich einen Eindruck hinterlassen hätte. Wo wirklich mit Nachdruck gepredigt worden wäre. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist, was die Welt heute hören muss. Ja, aber weißt du, ich bin jetzt halt eine Klappe. Ehre Vater und Mutter. Ehre Vater und Mutter. Und weißt du was? Heutzutage gibt es sogar Baptisten, Pastoren, die den Herrn entheiligen. Was entheiligt den Herrn? Wenn Vater und Mutter verachtet wird. Und wenn die Propheten, wenn die menschliche Wand um das Volk herum nicht Gerechtigkeit predigt, nicht Wahrheit predigt, nicht Sünde zurechtweist, sondern wenn Tünchen darüber streicht. Alles gut. Du liegst richtig, rebellischer Sohn, wenn du deine Eltern entehrst. Wenn du deinen Eltern fluchst. Deine Eltern sind so schlimm. Sie streichen darüber. Sogar Baptisten, Pastoren entheiligen den Herrn und stellen sich auf die Seite von rebellischen Kindern. Was mit Ehre überhaupt gemeint? Das ist so ein Begriff, der heutzutage irgendwie als negativ sogar angesehen wird. Ich bin kurz auf evangelisch.de gegangen. und einfach mal habe geschaut, was die so sagen zum Thema Eltern ehren, so als dein Vater und deine Mutter ehren. Und natürlich war das irgendein Schwachsinn wieder, wie man das erwartet von der evangelischen Kirche oder so von wegen damals, ja, dann war das eben so und so, aber heute ist es so und so und liebe dies, bla bla bla. Sie relativieren natürlich das, was die Bibel sagt und das entheiligt, entehrt den Herrn, sein Wort zu relativieren. Hey, das ist nicht relativ, das ist absolut. Gut. Okay. Was sagt die Bibel zum Beispiel, ich lese das einfach nur schnell vor, in Sprüche 29 Vers 15, Rute und Zucht verleihen Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande. Also er bereitet es nicht sich selbst unbedingt Schande, auch, aber seiner Mutter bereitet er Schande. Also, wovon reden wir hier bei Ehre? Schau, hier ist das Problem. Leute schauen auf rebellische Kinder und sie denken automatisch, oh, die Eltern. Rebellische Kinder entehren ihre Eltern. Das heißt nicht unbedingt, dass die Eltern das falsch gemacht haben, aber so oder so werden die Eltern entehrt. Rebellische Christen, Christen, die in Unzucht leben, Christen, die Alkohol trinken, weißt du, was sich andere Leute denken werden? Leute aus anderen Religionen, weißt du, was sich Götzendiener denken werden, die einen höheren moralischen Standards haben als Christen in Deutschland? Weißt du, was sich Götzendiener denken? Was ist das für Christen? Die haben keine Standards. Was glauben die überhaupt? Götzendiener denken sich das, die einer Statue dienen, bis Milch drüber gießen. Sogar die verstehen, dass Christen in Deutschland den Herrn entheiligen. Sie denken, was ist das für ein Gott? Ich bleibe lieber bei meinem Aller. Weißt du, wenn ich habe höhere moralische Standards. Traurig. Hesekiel Kabel 36, Vers 22, ich lese mir schnell vor. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euret Willen tue ich dies, oh Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt, unter den heilen Völkern, zu den ihr gekommen seid. Also Gott sagt im Grunde genommen, ich bringe euch nicht zurück, weil ihr so toll seid. Es gibt einen Grund, warum ich euch zurückbringe, ins Land Israel. Wegen meines Namens, den ihr entheiligt habt. Und ich werde mich wieder mächtig an euch erweisen und werde mächtige Taten tun, dass die Leute mich fürchten. Weil ihr mein Name ist heilig, da ist. Wir müssen Sünde hassen. Wir müssen gegen Sünde predigen. Tritt in den Riss. Die Mauer der falschen Propheten taugt nichts. Die Mauer um Deutschland herum, sie existiert fast gar nicht. Nicht so viele Risse sind da drin. Weil nicht Sünden beim Namen genannt werden. Weil nicht hart zurechtgewiesen wird. Weißt du was? Nochmals, wie ich gesagt habe, es ist mir egal, wie Leute darauf reagieren. Weißt du, wie beliebt waren Propheten im alten Israel? Jerusalem, Jerusalem, sagt Jesus. Wie du deine Propheten tötest und steinig zu dir gekommen sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken und die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, darum wird euch euer Haus verhüßt gelassen werden, bis ihr sagen werdet, gepriesen seid ihr, welche kommt im Namen des Herrn. Ungefähr zitiert. Aber das, was trotzdem Leute hören müssen, denn vielleicht gibt es Leute, die darauf hören. Vielleicht gibt es Leute auch aus anderen Religionen, auch Götzendiener, die diese Predigt für dich hören in ihrem stillen Kämmerlein und realisieren, dass sie einem Gott dienen, der nicht existiert, einer Statue, die einfach nur ein Witz ist. Dass sie einem angeblichen Gott dienen, der selbst der größte Lügner ist. Oder was auch immer. Ist mir egal, was dabei rauskommt. Was Deutschland hören muss, ist Gerechtigkeit. Deutschland braucht eine Mauer der Wahrheit und Gerechtigkeit. Als Schutz vor dem Zorn des Herrn. Du bist in Hesekiel-Köbel 22, schau dir Vers 10 an. Man hat in dir die Blöße des Vaters aufgedeckt. Man hat in dir die Frau geschwächt, die wegen ihrer Unreinheit abgesondert war. Der eine hat mit der Frau seines Nächsten im Gräuel verübt. Und ein anderer hat seine Schwiegertochter mit Schandtat befleckt. Und ein anderer hat in dir seine Schwester, die Tochter seines Vaters. Geschwächt. Gräuel, was bedeutet das? Der eine hat mit der Frau seines Nächsten Gräuel verübt. Im Duden gibt es ein Beispiel dafür, jemandem ein Gräuel sein, das heißt, von jemandem als höchst widerwärtig angesehen zu werden. Ein Gräuel ist etwas, was als höchst widerwärtig angesehen wird. Es ist widerwärtig für den Herrn und es sollte widerwärtig sein für Deutschland, wenn jemand die Frau seines Nächsten nimmt und die Frau seines Nächsten beschmulzt. Aber das ist nicht der Standard, den viele, viele Männer in Deutschland haben. Das ist nicht der Standard, den sie haben. Das ist nicht der Standard, den sie haben. Ich denke mir so. Das ist widerwärtig, sein Gräuel. Er will jeden in einer offenen Beziehung dreckiger, unsüchtiger heirate. Und sei treu. Der eine hat mit der Frau seines Nächsten Gräuel verübt. Der andere hat seine Schwiegertochter mit Schanter befleckt und der andere hat in dir seine Schwester, die Tochter seines Vaters, geschwächt. Ich meine, es geht auch noch verrückter als Ehebruch. Er hat in dir seine Schwester und nur um das klarzustellen, die Tochter seines Vaters. Okay. Also wir reden hier nicht irgendwie unbedingt von einem, von einer Halbschwester, sondern es kann sich hier auch um eine, um eine volle, wie sagt man, um eine richtige Schwester handeln. Wie auch immer. Die Tochter seines Vaters. Was zum Henker. Und natürlich kann man sagen, ja Israel war viel schlimmer und man kann sich mal selbst als besser darstellen, was auch immer. Aber steht Deutschland so viel besser da? Es gab wahrscheinlich mehr Propheten in Israel, als es in Deutschland gibt. Was hat Elia behauptet, dass er der Einzige sei? Was meinte Gott? Dass er sich noch 7000 übrig behalten hat, die ihre Knie nicht im Ball gebeugt haben und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Das sind ziemlich viele gerechte, wahre Propheten. Sprechen ich von falschen Propheten. Risse der Sünde, die wir finden in diesem Kapitel, Risse der Sünde, die wir in Deutschland natürlich genauso sehen. Dieses Land wird zugrunde gehen, dieses Land wird den Zorn des Herrn erfahren, wenn Leute nicht an den Herrn Jesus Christus glauben und umkehren von ihren Sünden. Und schau, wenn du den Zorn des Herrn nicht haben willst in deinem Leben, dann musst du auch dein Leben ändern, logischerweise. Christen da draußen müssen aufhören, den Herrn zu entheiligen. Christen da draußen müssen aufhören, den Herrn zu entehren. Christen da draußen müssen aufhören, zu sagen, naja, damals war das halt so mit Unzucht, aber heutzutage sieht das anders aus. Du Schande! Schande! Glaubst du nicht, dass so etwas den Zorn des Herrn reizt? Glaubst du nicht, dass damals Leute in Israel gerettet waren, aber trotzdem furchtbare Sünder waren? Glaubst du mal was? Einfach nur gerettet zu sein? Das wird den Zorn des Herrn im weltlichen Sinne nicht verhindern. Es wird nicht verhindern, dass Gott ein Land richten wird. Und natürlich, je mehr Christen es gibt, desto besser. Je mehr Christen es gibt, könnte man vielleicht sagen, desto langmütiger wird Gott sein. Desto mehr Zeit wird Gott einem Volk geben, umzukehren. Könnte man sagen. Nicht wahr? Aber hier ist, was Deutschland hören muss. Die Präges Evangeliums müssen Seelen gewinnen gehen, Menschen retten vor der Hölle. Aber was wir auch hören müssen, dass Unzuchtsünde ist, das Alkoholtrinkensünde ist, das eine Schande ist, wenn Frauen kurze Haare haben, das eine Schande ist, wenn Männer lange Haare haben, das eine Schande ist, Unzucht zu begehen, Ehebruch zu begehen. Menschen müssen eine Mauer der Gerechtigkeit, der Wahrheit um sie herum haben. Eine Mauer, die nach innen gerichtet ist, die gegen ihre Sünden predigt. Diese Mauer wird sie schützen vor dem Zorn des Herrn. Tritt in den Riss. Schau dir Römer Kapitel 1, Vers 14 an. Römer Kapitel 1, Vers 14. Ich lese vor, aus 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15. Da heißt es, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Sie sollen eifrig danach streben, uns Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also worum geht es hier, wenn wir lesen, ein Arbeiter, das Wort der Wahrheit, also woran sollst du arbeiten? Dass du die Bibel studierst, strebe eifrig danach, dich Gottes bewährt zu weisen, dass du weißt, was die Bibel sagt, dass du dich nicht schämen musst, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Dann weißt du was, im Neuen Testament sind wir, Könige und Priester und was sagt die Bibel im Propheten Malayachi? Dass die Lippen des Priesters die Erkenntnis bewahren sollen und dass seine Mund soll man das Gesetz des Herrn erfragen, denn es ist ein Bote des Herrn, der Herrscher. Weißt du, so viele Christen und es liegt leider auch an falschen, korrupten Bibelübersetzungen, sie wissen gar nicht, was die Bibel überhaupt wirklich buchstäblich sagt zu Themen, die gerade junge Leute beschäftigen. Beispielsweise Geschlechtsverkehr vor der Ehe ist ein Thema, das junge Leute selbstverständlich beschäftigt. So viele Christen haben keine Ahnung, was die Bibel dazu sagt. Ich kann mich erinnern, auch schon als ich gerettet war, soweit ich mich entsinne, dass ich mir die Frage gestellt habe, weiß ich eigentlich, wo das steht in der Bibel? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Warum? Die eigentliche Mauer der Wahrheit und Gerechtigkeit, die hat solche klaffenden Risse. Es fehlt dermaßen an gerechter, harter Predigt gegen Sünde. Aber auch du in deinem persönlichen Leben, du musst darauf Acht geben, dass du dich Gott als Bewehrter weißt, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Dass du weißt, was die Bibel sagt, dass du einteilen kannst, das bedeutet das, das bedeutet das, dass du es erklären kannst. Und lass mich das vor allem, Verzeihung, an junge Männer richten. Tritt in den Riss, diese Predigt richtet sich an dich. Tritt in den Riss. Sei du bereit, Gottes Wort zu predigen, wenn es sein muss. Ich weiß nicht, was Gott mit deinem Leben vorhat, nicht jeder wird ein Prediger, das ist nicht, was ich sage. Nicht jeder hat unbedingt die Fähigkeit dazu. Nicht jeder ist fähig zu lehren. Das ist normal. Aber trotzdem kannst du doch danach trachten, dich Gott als Bewehrter zu erweisen. Nicht einfach Gott als Bewehrter zu erweisen. Dass du sagen kannst mit einem reinen Gewissen, ich weiß, was die Bibel sagt zu dieser Sünde. Ich weiß, was die Bibel sagt zu dieser Sünde. Ich weiß gut Bescheid. Wir werden niemals alles wissen, man kann nicht alles auf einmal lernen. Ja, logisch. Aber wir sollen danach streben. Nicht wahr? Eifrig danach streben. Tritt in den Riss, junger Mann. Bereite dich vor. Du weißt nie, was Gott mit deinem Leben tun kann. Strebe eifrig danach, dich Gott als Bewehrter zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Lies die Bibel. Studiere die Bibel. Viel. Denke darüber nach. Tag und Nacht. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind. Tag und Nacht. Lies nicht nur die Bibel ab und zu, sondern lebe die Bibel. Lass es dein Leben sein. Römer 1, Vers 14 sagt, ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Waren. Du bist in Römer 1, Vers 14 sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Vers 15 in Römer 1. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Schau, so viel an mir liegt, das heißt, nach dem, was ich tun kann als Mensch, ich habe alles getan. Ich habe mich vorbereitet. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, ich will in den Riss treten. Ich will diesen Riss, diese Lücke füllen. Hier war eine Lücke, dass Rom das Evangelium gepredigt werden musste. Das ist eine Lücke. Ich meine, es mangelt an Seelengewinnern in Deutschland. Das ist ein Riss, den du füllen kannst, egal ob Mann oder Frau oder Kind oder was auch immer. Das ist ein Riss, den du füllen kannst. Du kannst in diese Lücke treten, ein Seelengewinner sein. Und du machst einfach, was du machen kannst, wie du dich vorbereiten kannst, so viel an mir liegt, dann bin ich bereit. An diesem Punkt musst du kommen, zu sagen, ich bin bereit, so viel an mir liegt und ich überlasse quasi Gott den Rest. Ich sage einfach, Herr, hier bin ich, ich habe mich vorbereitet, so gut es geht, ich will in den Riss treten. Nutze mich. Es gibt immer eine vorbereitete Mission für einen vorbereiteten Mann. Es gibt immer eine vorbereitete Mission für einen vorbereiteten Mann. Du musst vorbereitet sein. Du musst mental vorbereitet sein. Schau, in den Riss zu treten, das ist keine kleine Sache. Besonders, wenn es darum geht, Gerechtigkeit zu predigen. Nicht nur das Evangelium zu predigen, sondern auch Sünde zurechtzuweisen. Den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, das ist keine kleine Sache. Du befindest dich damit in einer Schlacht. Wie wir gelesen haben, Hesekiel Kapitel 22, Vers 5, bilde ich mir ein. Wo es nämlich hieß, dass die Propheten nicht, oder 13, Vers 5, ihr seid nicht in die Risse getreten, habt keine Mauer um das Haus Israel gebaut, damit ihr es im Kampf standhalten könnt am Tag des Herrn. Es geht um Kampf, ja. Du stehst an der Front. Dazu musst du, solltest du mental vorbereitet sein. Und etwas, worüber ich oft nachgedacht habe, etwas, was ich mir aktiv, bewusst vorgestellt habe, ist, dass ich zum Beispiel diese oder jene Person verlassen müsste, um dem Herrn zu dienen. Und ich habe dem Herrn gesagt, ich bin bereit, diese oder jene Person zu verlassen und dir zu folgen. Du kannst dich mental ein bisschen darauf vorbereiten. Einfach in deinem Herzen zu sagen, zum Herrn zu beten, wenn du willst, bin ich bereit, alles zu verlassen. Ich will mich vorbereiten, so viel an mir liegt, hey, ich kann nicht viel, ich bin nicht der Beste, was auch immer, aber ich will etwas für dich tun, ja. Und wenn du dich vorbereitest, und es gibt keine perfekte Vorbereitung, lege das nicht auf die Goldware. Schau, diene mit dem, was du hast. Du solltest niemals so denken, ich bin ja noch nicht vorbereitet genug, deswegen gehe ich nicht seelengewendet. Okay, das wäre die falsche Herangehensweise. Das ist nicht, was ich meine. Aber die Bibel befiehlt uns natürlich, dass wir uns Gottes bewährt erweisen und so weiter, dass wir die Bibel studieren, das, was wir tun sollten. Und wir sollten uns vor Augen halten, dass dieses Leben sich nicht um uns dreht, um unseren Willen, nicht um unser Wohlbefinden. Noch nicht mal um unser Wohlbefinden geht es ja. Dass es uns gut geht, dass wir Spaß haben. Schön, wenn der Herr uns das zusätzlich schenkt. Amen. Aber denke darüber nach, dass dieses Leben sich um den Herrn dreht. und ich hoffe, ich kann das nicht in dir erzeugen, aber ich hoffe, dass du den Wunsch hast, dem Herrn zu dienen, alles zu tun, was der Herr von dir verlangt. Und ich hoffe, dass es junge Männer in Deutschland gibt, die in den Riss treten wollen. Tritt in den Riss, das ist der Titel meiner Predigt. Und wenn du in den Riss trittst, dann bist du natürlich an der Front, dann bist du im Visier. Ich habe mich bei der Vorbereitung erinnert an den Vers, wo es heißt, wo König David an Joab einen Brief geschrieben hat und Joab befohlen hat, dass er Uriah an die Front stellt, vorn an hinstellt, wo die Schlacht am heftigsten ist. Also Uriah sollte bewusst an die Front gestellt werden, wo die Schlacht am heftigsten ist, damit er getötet wird. Also dieses Vers ist nicht unbedingt das perfekte Beispiel, aber hier ist das Bild. wenn du in den Riss trittst, was bedeutet das? Dass du eine Lücke ausfüllst. Das heißt, da ist niemand vor dir. Da ist niemand nichts. Es ist eine Lücke. Du trittst da rein. Das heißt, du stehst an der Front. Du bist natürlich im Visier, wenn du die Bibel prädest, den ganzen Ratschluss Gottes prädest. Aber was sagt der Herr? Dass er einen Mann sucht. Der spricht nicht von zehn Männern, er spricht nicht von hundert Männern, er spricht nicht von tausend Männern, er spricht nicht von zehntausend Männern, er spricht von einem Mann, der in den Riss tritt. Und auch schon das würde helfen. Und wenn du in den Riss trittst, dann kommt die Opposition, achte darauf, von innen, nicht von außen. Stell dir das bildlich vor, das ist eine Mauer, die sozusagen mit, oder es ist eine menschliche Mauer, die mit Schwertern, mit dem Schwerz, mit dem Wort Gottes nach innen gerichtet ist. Nicht nach außen gerichtet ist, sondern nach innen gerichtet ist. Verstehst du, was ich meine? Das Predigt gegen die Sünden des Volkes, das beschützt werden muss, vor dem Zorn des Herrn. Das ist nicht, was die Leute hören wollen, das ist, was sie hören müssen. Hesekiel 22, Vers 30 Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der dem Mauer zumauern und von mir in den Riss treten könnte, für das Land, damit es nicht, damit ich es nicht zugrunde richte. Gott sagt im Grunde genommen, hey, wenn es da einen Mann gäbe, ich würde gerne auf ihn hören. Ich würde gerne auf ihn achten. Ich würde mich gerne besänftigen lassen, dass ich dieses Land nicht zerstören muss. Ist das nicht ein krasser Gedanke? Ich suchte unter ihnen einen Mann, der dem Mauer zumauern und von mir in den Riss treten könnte, für das Land, damit es ich erst nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht Gott, der Herr. Lass uns beten. Danke, Herr, für dein Wort, für die Wahrheit, Herr. Bitte, Herr, hilf uns, dich zu fürchten, Herr. Und bitte, Herr, bereite mehr Männer in Deutschland vor, Herr, die Seelen gewinnen gehen, Herr. Herr, lass es anfangen mit vielen Seelengewinnern, Herr. Und bitte segne den Predigtkurs, den wir veranstalten, Herr. Bitte, lass es eine Motivation sein, für junge Männer dein Wort zu predigen. Das heißt nicht unbedingt in einer Gemeinde gleich, sondern es kann auch sein, dass sie einfach Videos machen, dass sie auf diese Art und Weise das Wort Gottes von den Dächern predigen, Herr. Und wie auch immer Menschen erreicht werden mit dem Wort Gottes, Herr, es wäre großartig. Und wir brauchen Männer, die in den Riss treten, Herr. Bitte, sende Arbeiter in deine Ernte. Es gibt zu wenig Arbeiter, Herr. Bitte, habe Gnade mit Deutschland. Und bitte, Herr, hilf, dass viele Menschen gerettet werden und dass das Christen vor allem, Herr, wenn dein Volk sich von ihren Sünden abwendet, das würde helfen, dass das Christen nicht nur eine Schande sind in Deutschland, Herr. Hilf, dass sie sich zurechtweisen lassen, Herr, dass sie hören auf die Wahrheit deines Wortes und umkehren von ihren bösen Wegen, dass du das Land nicht zugrunde richten musst, Herr. Vater, bitte hilf uns, dein Wort mehr und mehr zu verstehen, Herr. Hilf mir bitte, eine gute Arbeit zu machen, dein Wort auszulegen, Herr. Und bitte, hilf jedem Einzelnen hier, der die Predigt hört, selbst dein Wort zu studieren und alles zu prüfen, alles zu prüfen, Herr, und das Gute zu behalten, Herr. Ich danke dir, Vater, für das Seelengewinn, für die Errettung und bitte segne auch noch morgen den Tag des Seelengewinn. In Jesu Namen beten wir. Amen.